Die Zahl der arbeitenden Royals könnte bald ansteigen, aber es scheint, dass die Töchter von Prinz Andrew möglicherweise übersehen werden. Ein Mitglied der königlichen Familie könnte für eine Beförderung anstehen, aber laut einem führenden Kommentator werden es offenbar nicht die Prinzessinnen Beatrice oder Eugenie sein. Die Prinzessinnen von York wurden von einigen als mögliche Kandidaten dafür vorgeschlagen, arbeitende Royals zu werden, um diejenigen zu entlasten, die am meisten für die Familie tun. Einer königlichen Quelle zufolge wurde eine Dringlichkeitssitzung darüber abgehalten, ob Prinzessin Beatrice, 35, und Prinzessin Eugenie, 33, einberufen werden sollten. Prinzessin Anne hat sich nicht davor gescheut, die Entscheidung von König Charles, die Monarchie zu rationalisieren, zu kritisieren. Der königliche Experte Richard Fitzwilliams sagte jedoch gegenüber GB News, dass die Schwestern aufgrund der weiterhin düsteren Stimmung über Prinz Andrew nicht in Betracht gezogen würden. Herr Fitzwilliams sagte der Verkaufsstelle. Ich denke, es wäre eine andere Situation gewesen, wenn Andrew nicht in Ungnade gefallen wäre. Aber so wie es ist, halte ich das nicht für wahrscheinlich. Es besteht möglicherweise die Möglichkeit, dass Lady Luise Windsor nach Abschluss ihres Studiums eine arbeitende Königin wird. Lady Luise Windsor, 20, ist die Tochter des Herzogs und der Herzogin von Edinburgh und studiert derzeit an der St. Andrews University in Schottland, derselben akademischen Einrichtung, die Anfang der 2000er Jahre auch der Prinz und die Prinzessin von Wales besuchten. Prinzessin Eugenie steht Prinz Harry und Meghan Markle nahe und es wird allgemein angenommen, dass sie von allen Royals die stärkste Beziehung zu dem kalifornischen Paar hat. Die Prinzessin war das erste Mitglied der Monarchie, das Meghan von Prinz Harry vorgestellt wurde, als das Paar begann, sich zu verabreden. Prinzessin Eugenie steht Prinz Harry und Meghan Markle nahe und es wird allgemein an, sich zu verabreden.